Willkommen zurück, ihr Kleinlobys, bei Tabletop Simulator mit den zwei bekloppten Einmal Bayerwald LP und einmal NG Muscle an meiner rechten Seite Guten Tag, an meiner linken Seite Und wir haben eine Sache zu beichten, denn dies ist die letzte Folge Tabletop Simulator Fürs erste Jahr Fürs erste Jahr Erste Jahr Fürs erste Jahr Okay Und danach gibt es natürlich mit uns drei Chaoten ein neues Projekt Muss man ja dazu sagen Drei oder vier, je nachdem Drei oder vier oder fünf Mit uns drei Chaoten und eventuell einer vierten Person Einen vierten Chaoten So, äh Äh, Esel ist gut Äh, Turmuhr Turm Penis, viereckiger Penis Achso, du machst nicht mehr, weil wir zu schnell sind, oder wie? Äh Ich weiß nicht, was ich machen soll Tür Äh Uhr, Pendel Hä? Kerker Van Helsing Sarg Was? Sarg Himmel, Dreiständer Ein Sarg Tod Am Arsch Ist das kein Sarg? Leck mich am Hintern Nein Bett Äh Lachenhausbett Liege Ficken Strandtuch Wasenbär Elefant Pizza Er ist so unproduktiv Ja, man merkt's Unproduktivität Planlos Warte, wie war das machen? Pass auf, ich weiß, wie ihr das erwartet Dicke Finger Äh Perverser Mit'n Sack Äh, besuchen Besuch Schlafen Äh, fuck Äh Kraftfamester Was ist denn das? Wurstsalat Zwei Personen Eine Tür Jubeln Nein Jubeln Äh, keine Ahnung Na, was ist denn das? Was gibt's denn immer? Schlafen Wo gucken sich denn, äh, Frauen immer an? Und titten Spiegel Ja, ja Was war's? Ein Spiegel Ach Gott Ein Spiegel Da erst mal drauf kommen, wa? Ja Ja, das ist hier Ihr Hartnäckigen hier Ist ein Wach Ach Gott, du Nuss Alter, Junge What? So Und Katze, Maus, Elefant Buch Bam Bett Kopfkissen Fernseher Bild Buch Text Äh, Zauberer Tisch Mach mal das komische Ding hier weg Grill Fernseher Radio Boxen Boombox Hä, was ist das denn das? Computer, Computerbildschirm Schublade Boah, mach mal den Nebel weg Ohne Witz Rollstuhl Jetzt hat halt mein Ding gelöscht Du Follhorst Meine künstlerisch anspruchsvolle Scheiße Tafel Ja Wie, oh, leih, hab ich jetzt gar nicht so dran gedacht Hätte ich auch voll simpel sein Diese dreckige Lache Bayer, du bist dran Ei, ei, ei Mann, und jetzt hör mal mit dem scheiß Nebel auf Ha, das ist cool Sonst sehen wir nix Äh, Pizza Nee, das wär so einfach See Stück Welt Google Erde Fußball Fußball, richtig Ich war ein bisschen schneller Ja, trotzdem darfst du jetzt zeichnen Eins zu eins zu eins Eins zu eins zu eins Eins zu eins, eins zu eins Eins zu eins, so Ja Dann gib mir mal was Schönes hier Das ich auch gleich wieder rate Nicht fingern, Bayer Aus Pfui Äh, Schüssel Stillleben Kloschüssel Buch Kotzen Äh, Stuhl Äh, Hocker Kreisel Liebesschaukel Hä? Wie sieht bei dir bitte ne Liebesschaukel aus? Ich weiß halt nicht, wie es bei mir ausschaut Ich weiß halt nicht, wie es bei mir ausschaut Lieset mir scheiß aus, bringt dir niemand zum Lachen, wenn ich zeichne Ein Buch Nein Ein Buch mit sieben Siegeln Äh Die sieben Pforten Ein Tee Ein Grill Äh Fernseher, Lautsprecher Lob ich zu dumm zum Zeichnen Feuer Erschwert Ja Ach Gott Guck mal, dir, Schwert von Minecraft Ja Das ist das Problem, wenn ihr alle mit Facts spielt Ich spiel aber nicht Standard Ich spiel nicht mit Facts, nichts mehr Ich auch nicht Aber bei dir schaut es genauso aus in deinem Pack Ich hab Chroma, Hüls Ja, aber es schaut dir, Schwert genauso aus Ich hab mein eigenes, zusammengestelltes aus allem Da sieht es aber nicht so aus Ich wollte ja nicht den hier so machen War das hier so Hä, wieso mach Nimm doch Stift in die Hand, du kleiner Bongo Was wär das Mach deinen Scheiß weg So Das hätt ich als Schwert erkannt Ich hätt auch nicht Penis mal Leiter Drittleiter Penis So Ringenwurm, Tausendfüßler Penis Stift, Bleistift Bleistift, genau Kugelschreiber Ach Gott Bleistift Aber der ist künstlerisch ansprechend Nein Das ist gut gezeichnet Also nächstes, mal schauen Zumindest erkennt man den Stift Bleistift muss man halt dann ausprobieren Ich bin immer noch ein Stift So, jetzt pass auf Du bist ein Hans Dampf mehr, nicht? Äh, Feuer Jubeln Giraffe Elefant Äh, Esel Wirklich Schon wieder Ja, wir haben ja auch hier 66 Karten Das hat sich auch verdoppelt durch den Mongo hier Ach so Äh, ja Der andere Mongo darf spielen Auf geht's Mongo Ich bin auch schon wieder Dach Ja, ach so Warte mal, das, ähm Warte mal, ich muss mal im Video nachschauen Wir haben doch vorhin mal über Arc geredet, oder? Jetzt spielt es gerade einer aus meiner Freundesliste Echt? Im Übrigen Arc ist es nicht, was wir weitermachen Nein Ist aber auch ein Spiel aus diesem Jahr Ja Äh, Steine Ihr könnt ja mal in die Videobeschreibung schauen Äh, was es sein könnte Oder in die Kommentare schreiben Burger Brötchen Äh Hä? Hamburger Cheeseburger Burger Pickelgesicht Fliegenpilz Arsch mit Ohren, ne? Ja, Arsch mit Ohren, genau Pickelarsch mit Ohren Genau Pickelarsch mit Ohren Haramarsch 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 Äh, Haarausfall Sterne Nein Ausschnitt Äh, Warzenmonster Schreck Schreck Sesambrötchen Schreck sieht so aus Schreck sieht so aus Wie schreck Könnte es sein? Kommt doch kein Starter auf Arsch mit Ohren Ja Ne, da hinterfällt die Kimme Ihr müsst das ja raten Topf Sieden Nein Pfanne Wolkenkratzer Brutzel Muschi Muschi Klaus Pinocchio Genau Ihr sollt das ja raten Genau Glatze Wie war das? Gell, wo sich die Frau Glatze Aufs Gesicht setzt, gell Und sagt, jetzt lügt du Sau Ja, genau Glatze Katzenkopf Nein Was könnte das denn sein? Das ist, äh Schädel Das ist was Besonderes Was Süße Ne, was Saures Ein Donut Was Saures Ein Apfel Was Saures Die verschimmelte Tomate Ne Zitrone Ja Ja Wie kommst du da bitteschön auf ne Zitrone Also mal ganz ehrlich Ne Zitrone hätte ich anders gezeichnet Ja, auf jeden Fall Zeichne mal ne Zitrone Zeichne sie mir mal Gib mir, gib mir die Karte Ei, ei, ei Klaut mir hier die Karte Ja Ne, es sieht nicht besser aus Sieht eher wie ein Auge aus Also nö Ist Ich bin dran Auf geht's Das ist eine durchgeschnitte Zitrone Du Ah Bababa Ah Ein Arschtist So Wupp Und Katzenkopf Elefant Muschi Ohne Missgeburt Ventilator Ventilator Ah Der ist gut Äh Pippi Landstrumpf Was Schmetterling Ja Ach Gott Leute Ist doch ein schöner Schmetterling gewesen Ein Schmetterling Mir fällt grad auf Ich hab noch gar keine erraten Doch Eine Eine hast du Eine hab ich Gut Sie Hab ich bloß nicht gesehen Also So Zeig uns nur die Karte Bayer Zeig uns nur die Karte Soll ich die andere nehmen Ne mach schon Guck mal Bayer Deine Karte Ja Äh Fernseher Tafel Alter die ist was drunter Äh Fernseher TV Fernsehkopf Monitor 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 Richtig Monitor 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 4 1 Tor Tor Lobios Du bist dran Ach heute machen wir Best aus 7 Wenn es schon die letzte Folge ist Fürs Erste Hm Was haltet ihr davon Was haltet ihr davon Ja Können wir machen Können wir machen Dann will ich mit Abstand gewinnen und nicht nur mit einer Aha Äh Pizza Nüsse Gesicht Hackfresse Äh Plattenteller CD Steckdose Ja Warte Ich hau hier gleich meinen Tisch zusammen So Leg hin Ihr Nasenpopel Hallo Lobios Er schiebt die Karten runter Eieiei Habt ihr die Fliegen gesehen? Ja den haben wir Fliegen gesehen So Ich bin dran Warte ich muss ein bisschen rein scrollen Dann seh ich gleich deine Karte Und Katze Maus Elefant Äh Maus Karte Kirche Kirchturm Kirchturm Dach Glocke Okay So Hier Bayer Penis Finger 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 Oh Gott Oh Gott Wie Bayer verzweifelt Wir machen ihr Kopf ein Glocke Auf jeden Fall Das wird noch spannend heute Bayer du bist im Übrigen dran zum Zeichnen Hier wird nicht um Hilfe geschrien Jetzt zeichne Flip und gucken Super ich hab drei Fragezeichen drauf Ganz Drei Fragezeichen Oh 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 Ja okay es geht Tapia Kritzl 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 Kritze Frische Fische Stuhl Bein Stuhlbein 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 Ja Das war doch ein Wort Stuhl Bein Lobius hat sechs Karten Ja Das einzige Mal Dass er Sex hat Lobius du bist dran Ja ich bin dabei Ja jetzt kann er zumindest Nicht seine Er hat's ja unten reingeschoben Ach du bist ein Held Zumindest kann er jetzt Nicht seine siebte machen Ja eben Menschenmenge Mann Frau Krankenschwester Deine Krankenschwester Penis Penis Der Penis größer als die Beine Ah Der Mensch besteht nur aus Schwanz Hut Hut Gesichtsbaracke Äh Balancieren Einradfahrer Minecraft Napoleon Kapalow Kapalow Schwert Äh Franzose Ritter Ritter Ritterburg Äh Nazi Pirat Ja Bayer Ich hab jetzt große Hoffnungen in dir Ich Nicht dass du jetzt Zünglein an der Waage spielst Und hier Ist dran ne Ne Wer malt du Ja Oh da kann ich jetzt Glück haben Los Ich geh mir mal einen Kaffee holen Nein Bayer das ist einfach Aufpassen Pizza Haus Buch Blatt Arschlo Fernseher Fotze Nasenbär Karte Weltkarte Euroschein Euro Geldschein Ja Ja Danke Nein Ich wusste es Wenn ich es mit einem Eurozeichen mache Das Bayer erräte und ich lobe es So und jetzt kommt es Einer gewinnt jetzt von euch beiden Ja Umgedreht Und nehme ich jetzt was ganz schweres Oh ja Immer her damit Hund Katze Maus Elefant Fliege Und jetzt Lass ich es mal raus Sprich Faden Okay Pizza Pistole Dildo Penetrator Wo waren die Genau Dildo steht in den Karten Das ist ein Boomerang Nein Nein Eine Banane Eine Banane Mach halt Radiergummi Dauert nicht ewig Hier Eine krumme Banane Ja oder komplett löschen Es ist beim Radiergummi Ach da ist ein Mülleimer Genau So jetzt pass auf Äh Hä Das ist was Kein Das ist Alter Gesicht Nase Pirat Hut Blowjob Äh Schlafmütze Dame Haare Friseur Äh Mund Was Mund ist es Du Arsch Ich wollte dich jetzt blasen lassen Yes Warte MG hat gewonnen Yes Weil ich gewusst habe Wenn er mit dem Mund wartet Dann muss es der Mund sein Genau so wollte ich das zeichnen Und jetzt auch abspritzen lassen Das mache ich Warte mal kurz in Rot Er hat ordentliche Hupen Eher gesagt Ordentliche Hänge Wer ist der oder wie Perverso Du musst ja richtig abspritzen Perverso Warte Das kommt hinten vom Kopf wieder raus Und Druck hat er dir Oh Oh Das ist Sau Mach das weg 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 Aber es war auf jeden Fall Ja so richtig Ja so richtig Genau Wieder in zwei Tagen Mit dem neuen Projekt In zwei Tagen Nee ein bisschen länger Oder nee Doch nicht In zwei Tagen Ja wir haben ja noch zwei aufgenommen Stimmt ja Mama ich weine Plus eventuell noch ne Person Das wird lustig Eventuell Ja und eventuell Kommen wir Auch mal wieder Zurück zu Tabletop Du musst ein Herz machen Achso Sag halt das Ich kann Oh das wäre ein schönes Herz Gewonnen Ja jetzt kann ich es nur noch Verkackt Wartet mal Jetzt fängt das schon wieder an Mann Ja ich hab's hinbekommen Mehr oder weniger Jetzt mach ich noch die kleinen So warte Äh So So Hier kommt noch Pfeil durch Ach ja schön wie wir malen können Also in Draw My Thing Genau Kommen wir echt zur Geltung hier Männer wenn malen können Ja Ein Grafiktablet wäre vielleicht nicht schlecht Bei der ganzen Sache Er hat sogar eins Penis mit Hupen Penis mit Hupen Ist ja lustig So also mit dem Bild Sagen wir Tschüss Tschau So Ja Ja Jo To ano